So! Wo geht's wie gut? Es steigt sich ans Weichsteil etwas und es ist auch nicht so viel, das Leben kommt noch später. Auch wenn er langsam auf uns bewegt, wir schicken wieder dazu, dass man das vorigen Jahr zweier zwei Jahre nie gesagt hat. Das heißt, das ist immer so lange auf, und das ist ideal, kongang kann es auch ein ganzes Mal. Ich sage das, es ist die Haare, 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 Wir gehen so nicht zu weit drüber, auch so weit, dass wir diesen Ende von dir noch den Vorschlägen betrachten. Wir gehen auf den Hiepen aufruppen, einen sicheren Achsson. Wir gehen auf den Hiepen auf den Hüroyern. An der Wand. Ja, das wird auch langsamer, wenn du was würdest. Letztes Mal, zu allem, und der andere, das Blühenung, der rülpen in die Hände, sondern über die Hände. Aber den Beruhigungen, den beziehen wir unter den ganzen Handen. Nicht oben. Man muss den auch kräftig. und wir ziehen 9 3 4 5 5 5 5 5 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 15 15